Die deutsche Kritik an der US-Späh-Affäre reißt nicht ab. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Schar befürwortete in der Passauer Neuen Presse einen Untersuchungsausschuss, wie ihn Grüne, Linkspartei und SPD fordern. So könne geklärt werden, wie sich deutsche Stellen im Zusammenhang mit den Überwachungsaktionen verhalten haben. Wichtig sei vor allem die Aufklärung der massenhaften Überwachung deutscher Bürger. Auch Bundesinnenminister Friedrich forderte im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF Aufklärung vom US-Präsidenten. Ich muss das jetzt erstmal so akzeptieren, dass er sagt, ich habe davon nichts gewusst. Wir werden jetzt die Sachverhalte klären. Die Amerikaner, wenn ich das richtig verstehe, auch von heute Morgen, die Meldungen werden ihrerseits sich genau anschauen, was macht unsere NSA eigentlich. Und es gibt durchaus den einen oder anderen Hinweis, dass sich das eine oder andere im Bereich der Nachrichtendienste verselbstständigt hat. Das darf nicht sein in einem demokratischen Staat. Das sehen wir so und das sehen die Amerikaner so.